Du willst hier deine eigene Meinung bilden? Dann bist du hier bei Modern Value Investing genau richtig. Abonniere jetzt den Kanal, denn nur wir werden dich mit regelmäßigen Unternehmens- und Chartanalysen sowie Updates aktiv unterstützen. Am Tag der Veröffentlichung der Chartanalyse gibt es am selben Tag die passende Unternehmensanalyse von Philipp. Schau gerne einmal auf unserer Homepage www.modernvalueinvesting.de vorbei und werde Mitglied unserer Facebook-Gruppe. Weitere Informationen findest du in der Infobox. Beachte bitte, dass wir trotz intensiver Recherche nicht für die Richtigkeit der Informationen und der Aussagen haften oder garantieren können. Schau dir auch den Disclaimer in der Infobox an. Hi, ich bin Marcel. Willkommen bei Modern Value Investing. Ich weiß, ihr schaut fleißig die Unternehmensanalysen von Philipp. Doch ein zusätzlicher Blick auf den Chart kann uns helfen beim Ohne-Proben nach oben. Heute betrachten wir den chinesischen Online-Händler alibaba.com und dazu unterteile ich den Chart in einen langfristigen, in einen mittelfristigen und einen kurzfristigen Chart, welche ich dann anschließend natürlich wieder bewerten werde. Steigen wir nun ein in den Chart von alibaba.com. Im langfristigen Chart erkennen wir auf den ersten Blick, dass wir seit dem IPO im September 2014 einen ordentlichen Anstieg erlebt haben. Nach anfänglichen Auf und ab ging es dann doch recht solide nach oben und wir haben nahezu eine Verdopplung gesehen. Mittelfristig betrachtet kommt schon etwas mehr Spannung ins Bild, denn wir haben seit Mitte 2017 eine lange Seitwärtsphase mit vielen Auf und Abs, immer wieder zuverlässig hoch und runter, perfekt für Trader. Und dann im Juni 2018 kam der Ausbruch auf das bis heute geltende Allzeithoch und anschließend, wir wissen es alle, im letzten Quartal 2018 ging es dann rapide nach unten. Wir sahen einen Abverkauf bis hin zu 115 Dollar bei alibaba. Das war das erste lokale Tief, das habe ich euch hier einmal eingezeichnet und dann zum Jahreswechsel das zweite Mal. Da wurde der Boden bestätigt und seitdem ging es wieder stark rauf. Die Märkte entspannten sich und wir sehen hier oben, ich habe einen kleinen grauen Pfeil eingezeichnet, den eigentlichen Ausbruch aus der Seitwärtsphase aufgrund toller Quartalszahlen, die Jack Martell uns präsentieren konnte und dieser Ausbruch wurde dann gleich wieder abverkauft. Warum? Donald Trump haute die Bremse rein und es ging im Zuge des sich ausweitenden Handelsstreits wieder nach unten auf die Unterstützung von 131 Dollar und aktuell und das kurzfristig betrachtet sehen wir, dass es eben auch noch weitergehen kann in der Seitwärtsphase. Wir haben einige Unterstützungen bei eben 131, bei 139 Dollar, aber eben auch sehr viele Widerstände. Ich habe die hier einmal eingezeichnet, 160 Dollar, 164, also fast 165 Dollar und kurz vor der 170 Dollar finden wir noch einen Widerstand. Also sollte der Kurs so langsam sich wieder nach oben arbeiten, dann haben wir einige Hindernisse. Natürlich der Idealfall für alle, die bei Alibaba schon investiert sind. Der Handelsstreit ist vorüber und eine Einigung wird erzielt zwischen China und USA und dann glaube ich ist Alibaba einer der großen Profiteure hier am Aktienmarkt. Nachdem wir uns den Chart von Alibaba.com angesehen haben, kommen wir nun zur Benotung des Chartes. Langfristig gebe ich die Note 1, denn wir haben seit dem IPO verdoppelt und Anleger sind durchaus mit ordentlichen Renditen belohnt worden. Mittelfristig betrachtet gebe ich dem Chart eher eine 3, denn wir haben eben seit 2017 einen Seitwärtstrend, der sehr stabil ist und natürlich auch anfällig auf Nachrichten. Kurzfristig betrachtet sind wir ebenfalls oder gebe ich ebenfalls die 3, einfach aus dem Grund, dass wir zwar nahe Unterstützungszonen sind, aber eben auch nicht aus dem Groben heraus und wie gesagt viele Widerstände auf uns warten. Hier ergibt sich dann ein Notendurchschnitt von 2,3. Mit einem Notendurchschnitt von 2,3 ist es legitim darüber nachzudenken bei Alibaba.com einzusteigen und für alle diejenigen, die noch nicht investiert sind, das aber möchten, habe ich zwei Handlungsideen ohne Gewehr mitgebracht. Variante A, der Einstieg innerhalb der Seitwärtsphase und da bietet es sich natürlich an unterhalb des Trendkanals zu kaufen, also ein Kauflimits setzen bei etwa 131 bis 134 Dollar, je nachdem wie tolerant man ist. Wenn man nicht 100% überzeugt es von Alibaba und lieber sicher gehen möchte, kann man hier auch einen Stoppkurs setzen bei 128 Dollar. Variante B, Einstieg nach dem Ausbruch aus der Seitwärtsphase und den haben wir schon einmal erlebt und zwar aufgrund der starken Quartalszahlen Anfang dieses Jahres, aber Trump hat dem ganzen Einstrich durch die Rechnung gemacht. Sollte der Kurs wieder in die Richtung gehen und die 170 übersteigen und hier ist es wichtig, dass der Kurs auf Tagesendkurs basiert, dann ist dein Einstieg sicherlich lohnenswert. Für alle diejenigen, die wieder die Risiken begrenzen möchten, ein Stoppkurs von 168 Dollar wäre denkbar. Jetzt interessiert mich natürlich deine Meinung. Hast du Alibaba.com im Depot? Wie interpretierst du den Chart? Hast du gegebenenfalls Signale erkannt, die mir entgangen sind? Schreib uns das mal in die Kommentare. Oben rechts kannst du abstimmen, ob das Unternehmen zum aktuellen Zeitpunkt für dich Einkauf ist und unten rechts kannst du den Kanal kostenlos abonnieren. Sollte es ein Update geben, so wird es dir jetzt angezeigt. Denke immer daran, wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Wir werden versuchen, diesen zu finden und in diesen zu investieren. Also, bleib dabei bei Modern Value Investing. Ciao!